Und ich gehe weiter fort bis ans Ende der Welt Seitdem es dich nicht mehr gibt, gibt es nichts, was mich hält Und auf den Bildern hier hab ich die Augen von dir Und deshalb sing ich dein Lied Von Ost nach West bis der Schmerz nach Nest Oh, bis ans Ende der Welt Von Süd nach Nord bis an jeden Ort Damit es dich weiter gibt, halt dich fest an dem, was war Hast du immer gewollt, immer gewollt Und lächeln tu ich wieder mal Genau das Gegenteil von dem, was du sagst Es ist schon lange her, manchmal reden sie von dir Doch ich singe dein Lied Von Ost nach West bis der Schmerz nach Nest Oh, bis ans Ende der Welt Von Süd nach Nord bis an jeden Ort Damit es dich weiter gibt, oh, bis ans Ende der Welt Geil! Wow! Hi! Hi! Wie heißt du denn und wie alt bist du? Ich heiße Freddy, bin 25 Jahre alt und komme aus Kiel. Servus Freddy! Hi! Hey Freddy! Vielen Dank erstmal für die Performance. Wir wissen alle, dass es schwer ist und es sich umdreht. Es klang, als hättest du dich nicht entschieden, wie du dieses Lied singen wolltest. Mal ruhig, mal hart, mal ganz hart. Du musst dich einfach wohl in deiner Stimme fühlen, um einfach dann zu entscheiden, dass es eher natürlich ist als durchgedacht. Okay. Und das kommt einfach von Erfahrung. Das kommt von mehr Singen, mehr Konzerte. Fängt mit den kleinen Bühnen an und komm wieder. Vielen Dank auch. Gerne. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mich hier jetzt dem Urteil eher enthalten, weil ich glaube, ich könnte nichts Aufbauendes sagen, ehrlich gesagt. Und ich habe mich nicht umgedreht, weil ich es einfach nicht gut fand. Mir hat das nicht gefallen. Und ja, willst du noch was sagen? Ähm, ja. Ich glaube aber trotzdem, dass du sehr viel Potenzial hast in deiner Stimme. Danke. Und was machst du sonst so? Ähm, tatsächlich eher so für mich selbst, dass ich singe. Und dann habe ich mal einen Auftritt bei der Uni gehabt, was ganz Kleines. Also, du studierst? Genau, ich studiere noch, genau. Okay. Und war Gesang eine Sache für dich, die du immer so nachverfolgen wolltest? Eigentlich war das, was ich immer verfolgt habe, Fußball. Und ich arbeite aktuell auch als Fußballtrainer im Jugendbereich. Oh, wow. Okay. Bei Holstein Kiel, das sagt dann vielleicht was. Okay, Multitalent. Und dann kam irgendwie das Ding so ein bisschen dazu und wurde dann irgendwie auch so eine zweite Leidenschaft dann in den letzten Jahren. Schön. Also wie gesagt, heute hat es leider nicht gereicht, aber ich finde einfach dranbleiben und viel Glück noch weiter. Ja, danke. Danke euch. Vielen Dank, Heidi. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.